und das wird ihn jetzt richtig aufwind für die zweite hälfte geben ja klar wenn du so kurz vor der pause triffst das ist ein gutes gefühl und das gibt hier natürlich noch mal richtig dann für den zweiten abschnitt der perfekte zeitpunkt das ist das klassische abstauber tor da brachte er sich genau in die richtige position und vollstreck